Musik Herzlich Willkommen! Wir sind die Musikkoordinatorin der Werther-von-Suppner-Gesamtschule in Siegen. An unserer Schule gibt es schon seit mehr als zehn Jahren das Konzept Bands in the Classroom ab der Klasse 5 bis zur Klasse 10, das in den normalen Musikunterricht integriert ist. Hier werden die Schüler im Gruppenunterricht an Gitarre, Keyboard, Bass und Schlagzeug in Kooperation mit der Fritz-Busch-Musikschule Siegen ausgebildet. Es geht in den Klassen 5 bis 7 vor allem um Grundkompetenzen, die die Schüler befähigen sollen, im Laufe der Jahre erfolgreichen Bands zu spielen. Musik 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 Ganz neu, angeregt durch das Forschungsprojekt Emsa der Musikhochschule Köln, das bedeutet eine Musikstuhle für alle, gibt es jetzt noch eine Gruppe von Sängerinnen und Sängern, die gleichermaßen Unterricht erhält. Diese lernen Popgesang für die Bands und bilden einen Stamm für einen jahrgangsübergreifenden Chor, den es im Moment coronabedingt noch nicht gibt. Musik 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4